jo freunde was geht willkommen hier zurück zu einer neuen folge minecraft ihr seht schon es sieht ein bisschen anders aus besonders da hinten da ist irgendwas ich weiß auch nicht was das ist da ist auch irgendetwas und zwar spielen wir heute eine mod und zwar in der minecraft version 1.12.2 das ist schon ein bisschen her aber wie man sehen kann immer wenn man also dann kriegt man so ein blog info wir haben eine karte wir haben die fps oben stehen und irgend sowas halt aber jetzt würde ich erst mal sagen wir haben hier so drei items am anfang gehabt was ist das hier okay ist das hier die digital guide es gibt es gibt neue sachen was hier quest getting started so wir haben ja so komische dinge auf dem boden was ist das denn kann es essen raspberry hat eine beere was ist das hier gravel der viel gravel aussieht das meteorit okay ist das eisen ja ne kopfer okay was das hier skystone sieht mir aus wie ein meteorit ich würde da ganz gerne mal rein sieht auf der karte sehr mysteriös aus wo wir gerade sind ich habe die welt jetzt noch mal in kreativ gestartet und leute seht ihr das das ist ein dorf das habe ich nicht selbst das habe ich nicht selbst gebaut wirklich okay also das dorf sieht einigermaßen normal aus ja was ist das hier denn waste okay ich glaube nicht dass es abbauen sollte gehen wir auch noch gleich hin aber okay also die dörfer sind sogar viel geiler aus also das sind ja alles hier normale häuser nur halt dass die irgendwie so am abgrund stehen dass die irgendwie hochhäuser sind schmiede gibt es hier aber die häuser hier sind neu die beiden und das große da da will ich jetzt auch mal rein das wird mein aus komme ich da rein die war eine tür entschuldigung okay ist hier was das ist das hier kann man da rein ich glaube nicht oder was ist das denn obsidian hier kann man da drin er gibt mal her portion ist ein level sind aber ob es sind aber anziehen und schwert haben jetzt auch geil aber es gibt es eigentlich für neue items was gibt ziemlich viele neue als wir könnten ich weiß alle testen okay es gibt ziemlich ziemlich viele neue sachen da hat mein gott wie cool ist das hier ist wieder der asteroid aber der kann glaube ich nicht rein oder so alles klar aber da ist doch noch was alter sieht das geil aus hier ist wieder dieses krasse haus mein gott wie cool sieht das aus hä wie geil alter mein gott das sieht cool aus chillig und hier ist noch ein dorf hä wieso gibt es hier so viele dörfer die sehen aber auch übelst geil aus und hier ich glaube das ist nicht so gewollt oder ist das eine wolke naja hier spawnen jetzt keine monster mehr darauf damit würde ich jetzt sagen was das mit der heutigen folge ich hoffe sie hat euch gefallen ich fand sehr sehr cool die ganzen dörfer so zu sehen weil die waren wirklich cool irgendwie aufgebaut ich würde mich über ein like und ein abo freuen schaut alle folgen an bis zum nächsten mal